Ich habe ja selbst auch ziemlich viel gerungen und in zwei verschiedenen Nationalliga A-Vereinen in der Schweiz gerungen, in Willisau und in Brunnen und mir ist etwas aufgefallen, allgemein an der Kultur der Ringer, was mir extrem gut gefallen hat. Also wenn du Mannschaftsringen machst, dann hast du zehn Ringer hier bei uns, in zehn verschiedenen Gewichtsklassen, manche Greco, manche Freistil und dreht es gegen zehn andere an. Und das ist dann am Abend so, ist eine rechte Show, kommen mindestens 30, 40, kommen halt ein paar Leute, schauen manchmal sogar ein paar Hundert, aber es ist nichts Grosses. Aber anyway, du kämpfst dann gegeneinander und je nachdem, wie du dich schlägst, kriegst du Mannschaftspunkte. Wenn du den anderen Schultersieg, also auf den Rücken flachlegst oder per Fall, zum Beispiel bei einem Suplex, dann hast du 4 zu 0 Mannschaftspunkte. Wenn du den anderen technische Überlegenheit machst, hast du glaube ich auch 4 oder 3 zu 0 Mannschaftspunkte, ich weiss nicht mehr genau. Wenn du mit grossem technischem Unterschied gewinnst, hast du drei Punkte und wenn der andere aber auch irgendeinen Punkt gegen dich gelandet hat, kriegt er auch einen Mannschaftspunkt. Dann ist es zum Beispiel 3 zu 1. Oder bei kleinem Unterschied, zwei Punkte für dich, wenn er auch Punkte gemacht hat, 2 zu 1. Gut. Jetzt werden also die Ringer innerhalb der Mannschaft, gibt es sogar diese schönen Worte. Also auch wenn du deinen Kampf verlierst und du konntest aber punkten und Punkte holen für die Mannschaft, dann bist du ein Punktringer. Von 10 Kämpfern hast du 10 verloren, aber immer noch bist du ein Punktringer. Du bist immer noch jemand, der ein Plus ist für die Mannschaft, der Punkte erkämpft. Wenn du jemand bist, der sogar auch Siege erkämpft, dann bist du ein Siegringer. Dann bist du schon ein Siegringer, Mann. Und das ist so mega cool, weil in vielen anderen Lebensbereichen, wenn du nicht 10 von 10 Kämpfen gewinnst, dann bist du ein Loser. Und bei den Ringern ist das so eine andere Einstellung. Das fand ich so cool. Und klar ist etwas ganz anderes, einen Punkt zu erkämpfen gegen den grossen Karelien, wo neun Jahre lang das kein Mensch auf der Welt geschafft hat. Aber diese Einstellung zieht sich scheinbar durch das ganze Ringen hindurch, von ganz oben bis nach ganz unten. Dass sogar, hey, du gehst hin und verlierst all deine Kämpfe, aber immer noch, du bist ein Antrittsringer. Du bist gekommen, bist angetreten, hast gerungen. Hey, das ist schon was, Mann. Du hast sogar Punkte, hast für alle Kämpfe verloren, aber hast Punkte errungen. Du bist ein Punktringer. Hey. Er ist einfach so richtig, richtig cool. Das ist dieses echte Kämpferherd. Das sind echte Kämpfer. Diese Ringer mit dieser Einstellung.